Eieiei! Der weiß gar nichts? Oh man! Oh man! Das ist fies! Da kommt der schlechteste Spieler in der Lobby! Schieß aufs Cube! Echt? Oh! 30er Hit! Geil! Schieß nochmal drauf! Vielleicht tötest du ihn so Oh mein Gott! Holy Shit! Halt's mal! Alter Ammar! Bester Trainer EU West! Wie geil das aussah! Alter wie krass sah das denn aus! Dann sollten wir den Clip schicken! Alter! Ja! Okay! Geh los! Einmal einsteigen! Terminal B15 bitte! Hinter uns ist ein Fleasier glaube ich! Ballern! 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 Wo ist er? Ich sehe nicht! Wo ist der denn? Lasti! Schießen da die ganze Zeit auf uns! Das muss abbrechen! Headshot! Nein! 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 Ich mache das jeden Stream! Doch doch! Also das habe ich jetzt schon ganz oft gemacht! Richtig schlechtes Fortnite Verhalten! Ah komm rein! Oh fuck hier sind die anderen Gegner! Hier ist der Rest von den allen! Wo 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 wo? Stahl Jungs, wollen wir jetzt auf Battle Court? Welchen Streak war es jetzt? 22 oder? Wollt ihr euch den Clip angucken, wie ich ihn gekillt habe oder wollt ihr es nicht? Noch ein paar godlike sagst du? Halt durch ne? Immer diese Rockets, die gehen mir so auf die Eier Double Rocket Launcher, wie nervig sind die denn? Bei der Skinder ist es eh Stavils Feier, haut den Host hier raus, vielen vielen Dank Bruder N Dürste, Bartel, bleib so wie du bist, vielen vielen Dank für deine 4 Euro Bruder, sehr großzügig und genauso großzügig aus natürlich der Julian Mö... Jetzt war es das aber mit dem Flugzeug alter Kann man nicht, ja genau, mit dem Genoskop, kann man nicht treffen gefühlt, die Typen Einer down? NEIN! Der Sniper Oh, Headshot Gerade gesagt, man kann sie eigentlich nicht treffen und er schießt ihn sofort in den Kopf mit der Schalldämpfer Sniper Ach Leute Das ist noch nie passiert Schade, dass Harmy nicht mehr mitspielen kann, ja das tut mir leid Harmy Ich habe auch einen Artikel gelesen in der BILD, Harmy ist aus dem Impact Haus rausgeflogen Ich habe ihn ja da doch ziemlich zugerichtet mit dem Predict Snipe Er soll noch im Krankenhaus liegen und es sieht wohl nicht gut um ihn aus Ja Also Harmy gute Besserung, ich hoffe du kommst hinweg Loll Ja, ich hab's, ja Ich hab's 237 Meter What? Let's go Holy shit Puck, Chef Was? Nice Ich ohne Witz, ich wollte gerade die Challenge abbrechen Normal Public spielen Ich hatte Ich wäre ausgerastet Okay Es funktioniert Wie lange haben wir jetzt für das erste Loch gebraucht? Anderthalb Stunden? Ja Leute Ich wollte hier eigentlich ein Duo machen Mich kurz eine Runde einspielen Hab ihn Nice man Das war richtig gut Junge Ich brauch jetzt mal richtige Waffen hier Ah hier ist ne Falle Du hast mich getötet Junge War das mit Absicht? Ja Alter hab ich mich erschrocken Junge, 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 wenn ich da gestorben wäre Ich finde Auf dem Mobile Okay Ist aber echt schwierig mit Bauen, wenn man das so in zwei Händen hält Kann das sein auf dem iPad? Hältst du es in zwei Händen? Hast du keinen Ständer beim Zocken? Junge Was für eine Scheiße Also Ich wollt grad sagen Also ich find Bauen eigentlich recht easy Also ohne Witz Du hältst es in der Hand Ja natürlich Ja das ist halt Das ist OP Nee nee das ist richtig Du brauchst Du kannst Du kannst ähm Nee ohne Ständer kannst du es vergessen Junge Lass du ihn killst mit Minecraft ran Ich hab Angst Nee mon Warte komm her Oh 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 What? Oh 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 Okay so nicht Oh das wärs gewesen Schon wieder hoch gebaut Über ihn wunderbar Er wusste es einfach Und Oho Der gute alte Juniär Das ist das Play des Turniers Das war besser als das Ding von Julian Das war ja wie Hack mäßig Das war ja Aimbot Headshot von oben 120er Hit und dann 180 Grad und dann instig getroffen Was ist das denn? 37 Punkte ist erster Platz gerade Also für den Play Hä? Holy Shit Ich hab ihn gebug killt Gebug killt? Ja ich hab ihn gebug killt Hast du den anderen gekillt? Ähm Meine Top 3 Spieler Deutschlands Und das sieht Hami auch so Ähm City Driver Ist da ganz mit oben bei Razor Roo Ja der ist sehr sehr taktisch Unglaubliche Winning Streaks Legt er hin Ähm Unsandwichable Nenn ich ihn immer Er ist Er steht immer richtig Man kann ihn nicht sandwichen Wieso ist hier Apostel Wieso ist Apostel so komisch geschrieben? Okay haben wir auf jeden Fall dabei Ähm Das und äh Hami Hami ist der Beste im Nahkampf Der ist der Beste mit der Shotgun Der Beste im Movement Der Beste auf Im Nahkampf bauen Oh Wie clever das war Oh mein Gott Ich hab ne Rakete geschossen Er hat sich eingetörtelt Und dann hab ich die Wand danach aufgeschossen Mit äh Mit meiner Snipe Wie gut würdest du sagen war dein Kill? Sehr Neun von zehn Neun von zehn Kann jemand mein Kill klippen? Unter dir Oh zu Oh zu Oh zu Das warst du? Du ich hab dich gekillt Warum? Junge du hast hinter mir gedacht Ah Komm her Halt's Maul Ich hab dir den Huren Den absoluten Mega Schrotladung In deine Brust gedrückt Du sagst hinter mir Ich drück ab Guck's dir an Kann ich mal bitte Clip erstellen? Kann ich das noch mal sehen? Junge das war ein tausender Hit Das war ein tausender Hit Wie lange geht das ungefähr noch? Das kann man ganz schwer sagen Das Finale Könnte Zum Beispiel Nur drei Games lang sein Halt's Maul Das ist der Play des Turniers Er hat jetzt Da ist irgendwas ne? Gesteppt Nehm die Bandages und lauf Hab sie nicht bekommen Lauf an der Zone Die ist langsam Lauf zu locker Wir brauchen diesen einen Sound Einfach so Jetzt einmal einspielen So Nope Ich denke ja 5 HP Ich würde jetzt am liebsten einen Step nach rechts machen in die Zone Nach rechts ist sogar was ne? Muss aufpassen Oh mein Gott Max holt das ganze Ding hier noch Achtung Zone Zone Yo Scheiße Schade Richtig geile Runde Also das ist geil Ist das Cybermobby gesagt Wollen wir wegschießen? Wollen wir sind weg? Ich will ihn hacken Hacken willst du? Ich hab ihn nochmal gehintet Du kannst ihn easy hacken Oh Headshot Es war ein Nosecope Headshot Das ist definitiv Es war ein Nosecope Es war kommt Also ich hab mich ganz Ich hab mich erschrocken Ich wusste nicht Ich hab gar nicht gecheckt dass ich ihn getötet hab What the fuck Ich hör ihn nicht Digga die sind so lost Ich bin alt Es ist unglaublich Kann das jemand bitte klippen? Kann das bitte diesen Kampf jemand klippen? Also das ist Das ist Back to Season 1 Krass Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal